halli hallo ihr lieben da sind wir wieder zu einer weiteren folge von dark and light die drei zwerge und wir wie versprochen gehen wir jetzt in die zwergenstadt und wollen mal ein bisschen was verkaufen bisschen handeln und gucken dass sie noch ein bisschen kupfer kriegen und etwas vorankommen so letzte macht die tür zu ja hab ich hallo und moin moin da sind wir wieder wir suchen den spot wo es stimmt ja heute ist er wird schon wieder auftauchen irgendwo so wir müssen ja ich muss ich muss mal gerade hier gucken warum ich hier so mein hirn ist so ein bisschen matschig warte mal wie diese blätter ach da brauche ich dieses zeug für eine konzentrations elixir das lege ich dann noch mal ganz schnell ins bett und schlaf oder so ja das mache ich war da draußen an der ecke auf dich ja moment muss die tür da ist die tür ups aua wusste ich ja so oben das hat mit dem schlafen zu tun so ob das weg geht unten rechts dann ist das hunger da musst du immer ein bisschen was essen mein freund aber knackig und zügig frauen essen immer so wenig ach auf einmal kann sich auch nicht entscheiden ach ja stimmt ja das ist der privilegte frauen ich habe ein paar apple rein warte mal das könnte schon klappen so jetzt sehe ich dich gerade nicht wo bist du ich kann mich gerade nicht bewegen ich muss mir mal ganz schnell wieder eine kiste kräften was hat das schon wieder angestellt müssen wir richtung richtung turm erstmal richtung turm ich komme sofort fürchte dich nicht wo bist du denn schon ja ich habe holz gehackt ich wollte ein bisschen was zu verkaufen dabei haben ich habe doch ein bisschen holz da ja gut ich will einer zwergen siedlung können wir ja auch ich weiß ich bin gleich soweit das kann er sich nicht bewegen da hat er gleich wieder so viel dass er das eh nicht so verkauft außerdem habe ich festgestellt haben wir ja in der in der zwergstatt holz was wir kloppen können ja da ist genug ich weiß eigentlich ein gefeucht war das gerade ein kostet sehen doch mit dem bau fertig so ich bin eigentlich nein die null habe ich ja so ich konnte bogen wieder zur hand nehmen das schmeiße ich da jetzt weil da nämlich wirklich aus den kisten holen genau das holz das lasse ich nämlich komplett hier da kann man auch zwischendurch noch was noch sammeln so ja darauf dass das nicht haben wir da richtig schöne leute ich glaube ich habe doch alle monster sehen wo man bohren ja das so bis hinter mir neben mir gut ja ich bin schon ich glaube ich bin schneller als du zum abschließen habe müssen glaube ich hier rüber und dann links ja ja so ungefähr oder ja ist richtig alles gut hier rechts hier rechts ja ja ich weiß ich sehe dich nicht richtung turm und dann aber rechts halten ach da bisserl ich hab dich hast mich ja ok da sind ein paar von diesen fischern komm hinter mich so wie es gleich sonst viel schneller hast du denkst dir das wergen stadt wahrscheinlich noch fleisch mitnehmen nächtig das könnte man vielleicht verkaufen warte mal das war mit messern ich mach schon mal den nächsten nieder ja ich zerlegte mal eben hier er hat so viel weder so kurz kurz hast du hast du den auch getragen doch notvoll schleich ich bin nicht ganz soweit sechs ich kann ich kann noch ein bisschen warte ich nehme sonst füllen mit messer jetzt sind wir beide was genau mein messer ist jetzt putt echt was fehlt schon wieder ach komm Kupfererz Kupfererz fehlt mach komm mach mach mal mach mal du bist schon wieder weg ich bin da möchte ich nicht hier guck 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 ich habe soll ich auch mal eine elfie anmachen ja wer ist denn ich später kann ich dich sehen dunkel müssen wir denn jetzt nach links oder nach rechts abbiegen nach rechts ne ja wir sind schon richtig einfach hier so lang zum richtung so den mond oder was das sein soll ja es ist ja ja ist das das ist der andere planet ach so der ist aber auch ganz schön kaputt kaputt ja der ist auch gar nicht so einfach zu spielen naja aber irgendwann wenn wir dahin müssen oder ja müssen wir mal gucken ob wir es hinkriegen wir warten die man noch ein paar dlts ab oder ein paar updates dann wird das vielleicht irgendwann gehen hier ist die brücke warte mal hier und dann ja ich weiß nicht kommt denn da überhaupt was in nächster zeit moment warte ich will mal gucken ob ich ein bisschen kupfererz krieg ich habe den goblin schon alleine was hat der denn wieder naja so ein kram so der bogen ist gar nicht so schlecht mit dem bogen was willst du denn jetzt ich brauche ein bisschen kupfererz damit ich mein satyr messer wieder reparieren kann ja ja hast du okay das lasse ich gegen das brauche ich weiß nicht was ich damit machen soll die frage ist jetzt wir müssen glaube ich nach links jetzt über die wir müssen jetzt nach links genau scheiße ich bin da rein gefallen deswegen gehe ich in der mitte über den balken über die strebe da unten da bin ich ja gefasst so wahrscheinlich die stelle erwischt wo man nicht rüber gehen sollte doch ein häschen du bist ja schon wieder überladen wird doch was abdämmen sind ja gleich da ist ja nicht mehr so weit erst mal was essen minus mach du mal noch punkte genau ich laufe schon mal vor du kannst ein paar punkte machen aber nicht mit ein hunderter oder sowas anlegen nein es war nur ein schaf ein bisschen fehl recht ist ankam ja guck da kommt uns doch schon das erste zwerg klein entgegen das ist das zweite den ersten habe ich erschossen gerade zwerg du hast zwerg erschossen das will ich sehen das ist doch kein zwerg so ein zwerg oder goblin da drüben ist eine zwergin eine deiner mitstreiterinnen ah hallo 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 schwester die ist aber klein als ich die ist richtig zwerg ich habe gar nicht drauf geachtet wäre ich hätte ich mich ja auch zum größten zwerg machen können und meine einstellungen noch hätte ich ein bisschen spielen dann wäre ich vielleicht so groß geworden wie ein mensch schlange hättest du machen können ja punkte hat es gegeben karte hat es gegeben gut ich habe eine schlange erschossen ja bin stolz auf dich das ist eine riesen schlange ich bin auch stolz auf mich ich komme gar nicht ran so warte mal da muss ich doch das schwert nehmen bücken mit schlangenfleisch mit dem messer dann bücken also crouchen mit sdrg also mit der steuerungstaste die arme ist ein bedrängnis ich glaube ich werde dir mal helfen erwischt sie aber nicht aus versehen nee so warte mal ich hole mir noch mal eben das fleisch vielleicht können wir das ja auch verkaufen moment so richtig leder und fell und so holen so denn das zu liegen an dem ich steht wieder ein pfeil bekommen man ah ich hab dir die luftmagee freigeschaltet bummel durch die gegend ich bin ein bummelzwerg da drüben ist ein meteoroid runter gekommen ja könnte auch irgendwie so ein sensenmanns kommen ja möglicherweise wenn wir zu nah dran gehen warte ich komme mal näher an dich heran ich will ein bisschen zusammen sind wollen wir da mal nachgucken ich sehe den gar nicht mehr ist ein sensenmann das seht er hin oder ja der ist ins wasser gegangen da macht er irgendwas platt keine ahnung höchstwahrscheinlich ein fischi ja der zappelt da so ein bisschen aber wo ist der der kommt zu uns ja geb ihm mal einen auf die glocke erledigt so dann cool nochmal eh war das erst mal gucken er hat geht dann kommt die tasche okay weil in den tieren klappt das auch nicht da kommt keine tasche aber hier bei dem kommt die tasche nehmen ruhig messer genau und bücken geht es der mit der steuerungstaste runter ne es geht schon geht alles wirft dich du luder das war klar ganze tage hat man nichts von ihm so ich gehe weiter ja ach so der meteorit kannst du mal gucken ich muss nase drücken da war eine axt drin schön also wo ist denn der meteorit ich sehe den nicht da drüben am wasser da ist noch einer noch einer von denen wirst du noch am leben alles gut okay was sind klein so gerade den meteorit da drüben in der ecke am wasser da leuchtet da grün da ganz hinten ja okay ich hole mir mal den kram ich guck mal was da dran hier oh eine schöne rüstung 193 rüstung das ist gut echt oh mitreiber 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 wo bist du moment ich muss ja kurz gucken wo du bist ah das ist gut bauplan wofür hast du ja okay dann können wir weiter dafür mussten hier hoch ne ja was habe ich denn da eigentlich jetzt ich habe ja so aufgekabelt überlege ich gerade jenkenstein und eine rare eisenachs sogar die behalten du sag mal hatten wir hier nicht sogar noch ordentlich material in die in der schmiedeofen und in der werkbank gepackt auch da ist ein ding ja das kann gut sein ah das ist alles dies bohren alles weg scheiße noch einer oh man das war jetzt bin ich tot das kann bewusstlos wahrscheinlich meinst du ja ich kann auch nicht spawnen oder so also bin ich wohl bewusstlos ich hoffe nur dass es nicht zu lange dauert bis ich bis ich das 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 hat zu lange dauert ein sekundenbruchteil ja war das zwei suche so da bist du ja wieder jo da bin ich wieder welcome back hast du beide leer gemacht ja ich habe das gold nur rausgenommen alles andere interessiert mich jetzt im moment nicht okay ich nehme das und und das ist da das nehme ich jetzt auch mal mit so ich weiß nicht ob wir es brauchen ups jetzt habe ich da den bogen in die hand nehmen im moment bogen habe ich gesagt bogen ja wo bleibt ihr denn ja das liegt daran dass das was hast du denn weggeschmissen ach die steine nur ja wir kommen doch wir sind doch gleich da brauchen wir noch ein hoppelhäschen brauchen wir noch ein hoppelhäschen wir kommen gleich um die ecke so ecke erreicht so ecke erreicht auch ecke erreicht da kümmern sie ja ja um 21 um 21 uhr um 9 uhr wollte ich eigentlich mit meiner frau zusammen brat kartoffeln essen jetzt komme ich gerade darunter um 10 uhr oder um halb zehn da sagt sie es gibt keine bratkartoffeln mehr ich soll kartoffelchips essen dieser gemein da habt ihr den kleinen zwerg eben gesehen wie das so lustig aus wie der letzte meine da sind ja die hoppelhäschen her und bist du das ist der magnus und der mani ist schneller als magnus das geht ja nicht so ich bin noch schneller oh ich kann noch rennen immer hallo sagen mal gucken und schinger weg vom ofen mein ofen mein ofen denk dran ich kann nicht platt kloppen ne ja ich dich auch da ist aber geht das eigentlich nicht weiter wenn wir weg sind äh ich meine ich habe doch ich meine doch ja der ofen war leer wie ich ja eben ankam ich habe jetzt alles wieder befüllt das hast du reingetan ja ok oh warte mal ich habe hier auch eisenerz ich brauche auch ein bisschen eisen und kupfererz packe ich mal mit rein das ist nicht viel aber man kann das hier ja umsonst laufen ne genau so ich habe noch was zugepackt da könnte ich dann vielleicht die eine eisenachs mit ja es wäre schön wenn wir von dem für rüstung hätten ne ich habe gerade ein schönes teil gekriegt was hast du gekriegt 193 rüstung ja was für eine mit rein oder wie viel war das glaube man muss man gucken oder mit reden ja ist egal was das ist ja aber die sind doch stabil an kamen mit riel brustpanzer 100 rüstung 193 ich hatte auch irgendwas gewandt oder ich gucke mal ob der was verkauft ob der hier was kommt oh der kauft was toll so dann verkauft mich das mal super haben wir schon mal etwas verkauft oh hier sind ein paar fässer boing 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 machen wir fässer kaputt ein paar äppel und ein paar goldstücke da 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 hallo madame ups ich krabbel den bohr auf den tisch so was kostet denn bei dir die eisenspielzacke die kostet 23 gold die kann ich mir doch schon mal kaufen so warte meine herr so eisenschwert könnte man auch kaufen wieder aber da können wir es ja auch nachher reparieren müssen wir mal gucken ich habe immer zwei eisenschwerte warte mal was ist hier ah hier ist in der bar ist auch noch hier ach nee das ist alles hier mit oh die hat die dinger hier da brauche ich die nicht machen oh ich verkauf mal ein paar äppel und ein bisschen fleisch kann ich auch verkaufen und dann kaufe ich mir mal äh wie heißen die moment konzentrations elixiere so das passt doch schon mal du 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 boin und ein paar äppel und goldstücke goldstücke so wunderbar people will die ups was haben wir hier ah hier ist noch jemand Goran der Ochs oder Orcs was wozu brauche ich die ah der nimmt verdorbenes fleisch das ist cool so dann sind wir das auch los habe ich noch ein paar Sachen davon was ist denn das hier Kochkraut Weizen Glückskleeblatt ein seltenes Kraut mit dem einzigartige Objekte hergestellt werden äh einige Händler werden sich sehr darüber freuen 777 Kronis äh Kronis Korken hätte ich jetzt bei dir gesagt anderes Spiel ok verstanden vielleicht ja auch noch jemand hier war immer niemand aber 777 ist auch eine ganze mega nützt nix ich muss erstmal ein paar magische sterben noch organisieren ach damit doch nicht damit ich komm mal eben die Fässer platt könnte ich schneller ja mach mal ne schöne Runde oh da kommt wieder einer auch Magnus Eisenfaust Level 27 voll beladen Level 27 hat er schon ja ist ja auch viel unterwegs ist ja auch gut ja das ist ja auch hinterher dann unser Wach und Leibwichter Zwerg ja genau aber das habt ich denn eigentlich wo sehe ich denn das jetzt auch ich bin eher der Endleiber Zwerg hä ich werde euch entleiben tÖ mich kannst du nicht mehr entleiben wenn die ist schon ich befördere euch vom leben zum Tode so 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 warte mal was hatte er hede noch mal er hatte dem habe ich schon alles verkauft. Oh, der hat Klappmutten. Brustpanzer. Herstellbarer Brustpanzer. Was ist das hier? Jeder Panzerhandschuh. Die kannst du alles selber herstellen. Ja, aber wenn ich dem jetzt Geld gebe, dann müsste ich doch vielleicht irgendwie auch was aus Mietrei haben. Krieg, oder? Nee, dafür müsstest du den ja bestichen. Du musst den etwa tausend Ocken geben. Ja, das meine ich ja. Ja, aber als Bestechung, nicht als zum Einkauf. Nicht kaufen, bestechen. Also, ähm, investieren. Stimmt, stimmt. Und zwar bis zu 5000. Ich glaube, das erste Gold ist 1000. Dann kriegst du ja erstmal Eisen. Ja. Das zweite Gold ist, glaube ich, 2000 irgendwas, oder 3000. Und das dritte Gold ist dann 5000. viel Spaß beim Bestechen. Dann muss ich ja hier 1000 Fässer vertauen. Oh, moine mal. Und dann sind die Sachen ja noch nicht mal gekauft. Also müssen wir lernen, Mietrei herzustellen. Ja, das ist ja doof. So komme ich ja nie zu was. Ich weiß jetzt schon, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Was war das denn? Bist du gerade zerbrochen? Aber du hast den Ofen kaputt gemacht. Der qualmte mich fürchterlich da hinten. Ja. Was geht denn die? Ich habe gerade ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Ach, und das macht so ein Krach. Oh, warte mal. Ich könnte mal vom Meister da noch mal fragen, was da noch schön ist. Hier ist noch eine Eisenachs drin. Will das noch jemand haben? Nein. Das ist ja nicht den 40. 40. Geben wir uns nicht mal mit ab, ne? Ich habe schon eine. Ach so. Und was ist mit Money? Was, eine Eisenachs? Ja, der hat eine Eisenachs für 85-Taler. Ja, kannst du schon mal kaufen. Ersetze ich dir nachher. Okay, dann kaufe ich dir eine. Weil das ist ja die 85, die an deiner Million hinterher fehlen. Hast du mal? Das sind die 85 Goldstücke, die dir hinterher an einer Million fehlen. Ach so. Okay. Habe ich es zwar immer noch nicht verstanden, aber das ist egal. Ich mache dir nachher eine technische Zereichnung. Ja, das wäre cool. Oh, warte mal. Der hat dir irgendwas zu verkaufen, oder war das? Da täuschte ich mich jetzt gerade. Nee, äh, etwas, was er kauft. Was ist das hier? Können wir das auch anklicken? Oh, hier ist der riesengroße Schwert. Das ist größer als meine kleine Granny. Die Achs wäre cool. Hier ist auch nur eine Achs. Was liegt denn hier rum? Wer schmeißt denn hier das Stroh hin? Hä? Ich. Ich habe das mal aufgenommen. Wolltest du es nicht mehr haben? Nee. Ja gut, das lohnt sich jetzt nicht, das bisschen hier zu verkaufen. Warte mal, was ist denn mit dieser kleinen Axt? Ist das dein kleiner Hund, der da quiekt? Ja, der träumt gerade. Ach so. Auch nicht mal so Geräusche, wenn er am träumen ist. Das ist er am träumen. Guck mal, nimmst du noch was? Nee, der nimmt nichts mehr hier, der Blödmann. Ich werde die nicht verstechen. Die müssen doch hier nicht alle. Das ist Korruption, nennt man das. So, nee, ich kann leider nichts mehr verkaufen. Wollte ich noch Holz mit runternehmen? Traubleitern. Wo steht die beiden hier? Ja, wir reden nicht mehr mit jedem. Das merke ich schon. Die Gwenni wird wieder ganz alleine gelassen. Hier, ist da jemand, der Holz kauft, dann kommen wir ganz schnell hier runter zu mir. Die Treppe runter. Nee, der kauft nicht mehr. Gerade aus. Und dann kannst du hier mal eben ein bisschen Holz holen, wenn du möchtest. Ich glaube, die kaufen das nicht mehr. Das ist das Problem. So, warte mal eben. Kann er auslaufen? Ja, dann muss ich noch was wegschmeißen. Nützt nichts. Gib mir das. Ich kann noch laufen, äh, rennen. Wo bist du? Hier, geradeaus, die Treppe einfach runter. Ich bin doch schon unten. Geradeaus einfach. Ach, da hinten. Ja. Da steht zumindest jemand. Kann ich denn schon die Eierschleifmaschine bauen? Nein, kann ich auch noch nicht. Geht auch noch nicht. So, ich kann doch immer laufen. Okay. Gut, dann kannst du noch mehr nehmen. Ja, gib doch her. Ich kann doch was. Ja, ich muss eben einen Stapel teilen. Ein, zwei, drei, drei. Dann hast du die Last. Hey, da kannst du dann besser rennen, oder was? Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Was habe ich denn alles mit? Ja, jetzt kann ich mich auch nicht mehr bewegen. Da müsstest du es wegschmeißen. Nützt nichts. Liebe Leute, wir müssen auch einmal wieder die Folge beenden. Wir sagen tschüss. Macht's gut. Habt viel Spaß mit allem, was sie tut. Vor allem, wenn ihr Gutes tut. Und ihr geht davon aus, sie tut nur Gutes. Ganz gut wäre ein Däumchen nach oben, das Glöckchen und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und wir sagen tschüss. Ja, und Glöckchen, ne? Das ist eine coole Sache, ja? Also, tschüss.